Archicad bietet mehrere Systeme an, um genau und kontrolliert zu zeichnen. Ein wesentliches Werkzeug kommt hier nicht dran, das Raster, das wird in einem anderen Video behandelt und da könnt ihr euch die Details dazu anschauen. Ich demonstriere jetzt die Fanghilfen, die Hilfslinien und die Koordinateneingabe in dieser Reihenfolge, die man beim Zeichnen verwenden kann. Und ich benutze dazu als Beispiel einfache 2D-Geometrie, weil es hier am übersichtlichsten zu sehen ist. Wenn ihr eine Wand zeichnet, dann wisst ihr ja, dass ihr das auch eigentlich basierend auf einer sogenannten Referenzlinie macht. Bei Decken ist es genauso und bei allen anderen 3D-Elementen ebenso. Das heißt, wir arbeiten sowieso immer beim Zeichnen linienorientiert. Die 3D-Geometrie entsteht dann nach Wahl des Werkzeugs. Deswegen kann ich also das, was ich jetzt zeigen möchte, auch an einfachen 2D-Linien demonstrieren. Als erstes die Fanghilfen. Wenn ihr auf einen Kreis geht, dann wird der blau dargestellt. Wenn ihr auf einen anderen Kreis geht, wird der auch blau dargestellt. Das sind sogenannte Fanghilfslinien und dann werden sofort allerhand Verbindungen hergestellt. Zum Beispiel die Tangenten, die Außentangenten, die Innentangenten und alles Mögliche, die Verbindungen der Mittelpunkte etc. Wenn ich auf eine Linie gehe und auf eine andere Linie, die nicht parallel dazu ist, dann zeigt Archicad in der Verlängerung den Schnittpunkt und die Winkelhalbierende dazwischen. Ich kann auch Orthogonalen erkennen, ich kann auch Parallelen sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ausgehend von diesem Punkt aus auf diese Linie gehe, dann wird mir die Parallele dazu angezeigt. Also alles sehr praktisch, alles sehr hilfreich. Und wie gesagt, das sind alles Hilfslinien, an denen kann man sich einfangen. Sowohl an den Linien als auch an den Punkten. Es gibt auch Schnittpunktdarstellungen, also alles, was man sich vorstellen kann. Was man aber auch sieht, dass es ziemlich viele Hilfslinien sind, die da auf einmal zu sehen sind. Und es kann auch ein Überangebot werden. Und man kann sich vor allem auch vertun, weil man aus Versehen einer naheliegenden, aber anderen Hilfslinie folgt. So, wie kommt man jetzt aus diesem Hilfslinienlabyrinth wieder raus? Na ganz einfach, man drückt die Taste Escape und dann ist man wieder befreit von diesen Hilfslinien und kann wieder aufs Neue loslegen. Falls mir das noch nicht schnell genug geht mit der Markierung, kann ich auch die Taste H drücken. Das heißt, ich setze meinen Finger schon mal auf die Taste H, gehe jetzt hier auf so einen Eckpunkt und dann kann der sofort an dieser Stelle markiert werden, der auch. Und dann geht das Ganze noch schneller. Man kann dieses Feature ausnutzen, indem man unter Optionen, Arbeitsumgebung, zu den Einstellungen für die Fanghilfen und Hilfslinien geht. Dort steht, dass diese Hilfslinien, diese temporären, die Fanghilfen heißen, nach 0,3 Sekunden erscheinen. Und ich kann jetzt hier mal 20 Sekunden eingeben, also was echt lang ist und gehe auf OK. Das heißt, jetzt kommt erstmal gar nichts. Ich müsste jetzt 20 Minuten da drauf bleiben. Ich kann jetzt aber die Taste H drücken und dann wird es trotzdem markiert. Und das Schöne ist jetzt, dass das nur bei diesen Elementen passiert, wo ich die Taste H drücke. Das heißt, ich kann jetzt hier in aller Ruhe an den Stellen arbeiten mit diesen Hilfslinien, wo ich es gebrauchen kann. Und da, wo ich es nicht gebrauchen kann, macht Archicad nichts. Es sei denn, ich würde 20 Sekunden lang auf dieser Linie bleiben. Also das wäre ein kleiner Trick, um mit den Fanghilfen besser klar zu kommen. So, zweites wichtiges System, um genau zu zeichnen, sind die Hilfslinien. Ich sehe hier so kleine orangefarbene Anfasser, die sich so ein bisschen anbieten, wie in anderen Programmen die Lineale. Man kann sie auch genauso benutzen, indem ich hier zum Beispiel solche Linien rausziehe und die dann eben erstmal senkrecht oder waagrecht da in mein Dokument irgendwie einsetzen. Ich habe dann auch Schnittpunkte und kann mich auch an diesen Linien einfangen und so weiter. Ich kann diese Linien auch, wenn ich länger drauf gehe, mithilfe dieses kleinen Anfassers hier verschieben. Und ich kann sie natürlich auch durch Punkte verschieben. Also hier zum Beispiel durch den äußersten rechten Kreispunkt. Ich kann auch, wenn ich eine Linie da rausziehe, auf eine schräge Linie gehen. Dann wird diese Hilfslinie schräg angeordnet und ich kann auch mit einer anderen Hilfslinie auf den Kreis gehen. Dann bekomme ich eine kreisförmige Hilfslinie. Ich darf auch mit rechten Mausklick da drauf gehen und kann sagen, ich hätte gerne nur einen Teil einer solchen Linie. Also wenn ich so eine begrenzte Hilfslinie bräuchte, dann könnte ich das damit machen. Ich werde alle Hilfslinien wieder los mit dem Befehl Hilfslinien löschen. Diese Hilfslinien drucken nicht. Die Fanghilfenlinien, die blauen, auch nicht. Also Fanghilfen als temporäre Hilfslinien. Diese echten Hilfslinien als echte, dauerhafte Hilfslinien, bis ich sie lösche. Das sind sozusagen die zwei Hilfslinienvarianten, die es in Archicad gibt. Dann lösche ich mal alles und zeige euch die Koordinateneingabe. Wie funktioniert das? Ihr wollt ja immer genau zeichnen. Das heißt, wenn ihr eine Linie zeichnen wollt und die soll genau 8 Meter nach rechts gehen, dann drückt ihr X, 8, Y, 0. Einfach nur X und Y, also nicht irgendwie STRG, X oder Y und dann Return. Jetzt haben wir hier eine Linie gezeichnet, die ich mit M wie messen. M, also es ist auch nur eine Taste, nachmessen kann. Und dann seht ihr 8 Meter. Das ist also alles prima. Alternativ kann ich die gleiche Linie zeichnen, indem ich R schreibe für Abstand, 8. Winkel steht schon auf 0. Ich kann aber extra nochmal W, 0 schreiben zur Sicherheit. Und dann bekomme ich auch eine 8 Meter lange Linie. Das erste war kathesisches Koordinatensystem benutzen. Das zweite war polares Koordinatensystem benutzen. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Nochmal das Gleiche. Statt jetzt R oder W oder X oder Y zu schreiben, nehme ich die Tabulatortaste und kann jetzt durch alle möglichen Werte hier durchrottern und kann dann entsprechend die Werte nehmen, die mir am besten passen. Also das polare System ist in vielen Fällen das bessere, finde ich, oder elegantere. Aber wenn ich zum Beispiel möchte, dass eine Linie genau 8 Meter nach rechts geht und dann 3 Meter nach oben, also eine schräge Linie, dann wäre es vielleicht besser zu schreiben X8 und Y3. Das ist jetzt da unten so ein bisschen in der Ecke. Wenn ich jetzt Return drücke, dann wird die Linie schräg gezeichnet. Und ich kann jetzt mit M auch wieder messen, ob das genauso geworden ist, wie ich das wollte. Da kann man jetzt die X- und Y-Koordinatenwerte lesen. 8 und 3 ist also genauso, wie ich das wollte. Der resultierende Abstand ist natürlich dann ein krummes Maß und der Winkel ist in diesem Fall 20,56 Grad. Also kathesisch, polar und das Ganze entweder mit den Kürzeln R, W für polar und X und Y für kathesisch oder eben die Tabulatortaste verwenden, um durch alle verfügbaren Koordinatenoptionen durchzuschalten. So, fast fertig. Das war jetzt immer erster Klick manuell gesetzt, zweiter Klick durch Koordinateneingabe gelöst. Man kann aber auch den ersten Klick schon per Koordinateneingabe lösen. Wenn ich jetzt nichts machen würde, mein Linienwerkzeug ist aktiv und schreibe X0, Y0, dann startet Archicad am Nullpunkt meines Projekts. Das ist dieses kleine schwarze Kreuzchen da unten. Das ist natürlich schön, aber ihr ahnt wahrscheinlich schon, das ist also höchst selten, dass man immer von diesem Punkt aus zeichnen kann. Meistens hat man einen lokalen Ursprung sozusagen. Also nehmen wir mal an, ich möchte hier oben auf dieser Linie von diesem Punkt aus 2 Meter nach rechts gehen und dann loslegen mit meiner Linie. Dann mache ich das so. Ich nehme wieder meine Fanghilfe, dieses blaue Zeug. Denkt dran, Taste H. Ich gehe auf diesen Punkt, markiere den, gehe jetzt ein bisschen nach rechts. Archicad macht mir da so ein Kreuzchen hin. Damit ist das als lokaler Koordinatenursprung gesetzt. Und jetzt schreibe ich R2 für Abstand, drücke die Enter-Taste und jetzt habe ich hier einen Anfangspunkt von 2 Metern rechts von dem Endpunkt dieser Linie. Und jetzt kann ich auch wieder mit Koordinaten schreiben oder das Ganze auch manuell zeichnen, wo diese Linie aufhört. Ich messe das auch nochmal nach. So, 2 Meter. Also ganz einfach, ihr setzt einfach nur euren Cursor auf irgendeinen Punkt, von dem aus ihr messen wollt. Nehmen wir mal hier den Mittelpunkt in dem Fall. Drückt die Taste H. Geht ein bisschen nach rechts oder links, wo immer ihr auch hin wollt, bis dieses Kreuzchen kommt. Jetzt kommt es. So, R, was weiß ich, 3 Meter. Und dann dürft ihr da loslegen. Früher, als man dieses Fanghilfesystem noch nicht hatte, hat man einen lokalen Koordinatenursprung gesetzt für diese Aufgabe. Das hat man dann so gemacht. Nehmen wir mal jetzt diese Linie und zeichnen 3 Meter von diesem Punkt aus eine Linie nach unten. Dann hat man diesen Punkt hier anvisiert und hat dann Shift-Alt gedrückt. Und damit hat man sozusagen, wie man hier auch sehen kann, diesen globalen Ursprung temporär an diese Stelle versetzt. Jetzt ist das nämlich schwarz und das ein bisschen grau. Jetzt kann man auch schreiben X3, Y0 und dann landet der Ausgangspunkt auch 3 Meter von diesem temporären Ursprung. Und jetzt kann ich auch da loslegen und zeichnen. Das Problem ist bei dem Ganzen nur, also erstens ist es nicht mehr nötig, weil ich dieses blaue Fanghilfesystem habe. Das Problem ist, dass der jetzt wirklich da sitzt und auch nicht mehr weggeht von alleine. Und ich brauche jetzt einen Befehl, um den wieder an diese eigentliche Stelle zu versetzen. Die Palette heißt Fenster, Symbolleisten, Zeichenhilfen. Da ist der Befehl auf jeden Fall drin. Wenn ich da jetzt doppelt draufklicke auf dieses Ding, dann landet der wieder da unten. Also das ist umständlicher, das ist auch nicht mehr nötig. Ich sage das nur, weil das immer noch zwischendurch zu sehen ist, dass man das so machen kann. Lokalen Benutzerursprung setzen. Den Befehl gibt es ja auch noch. Und zweitens gibt es auch noch das Problem, dass die Tastenkombination Shift-Alt bei Windows die Sprachbelegung der Tastatur umschaltet. Das heißt, man hat dann auf einmal eine englische Tastatur und Z und Y sind vertauscht. Also so richtig schlau ist das auch nicht. Und das war's. Fanghilfen, Hilfslinien, Koordinateneingabe. So richtig schlau ist das auch nicht. So richtig schlau ist das auch nicht. So richtig schlau ist das auch nicht. So richtig schlau ist das auch nicht.